und herzlich willkommen zurück in der gang ja also ich wurde gerade leider aufgehalten so wir waren glaube ich bei den upgrades was wir alles noch machen können glaube ich oder nehmen wir waren hier wir haben ja versucht weiterzumachen so dann haben wir das haben wir das gucken ob wir hier irgendwie weiterkommen irgendwie da geht es doch weiter oder da oben ist auch ein lot aha kann das sein dass der gang reagiert der hat sich in bewegung gesetzt oder war das jetzt ein dummer zufall klettern wir mal hier hoch der pipe ah ja ja das ist die abkürzung ne na opala jetzt aber das war es mal wieder komplett so jetzt entdeckung let's go so dann gehen wir hier lang jump sehr gut dann sagen wir das alles haben wir sehr gut dann haben wir hier noch ein gate weiter neuer ort nördlicher bergpass sie warnt metal built statues of their leaders did they have a belief system you think i don't know maybe my expertise is in hauling stuff across the galaxy if only there was more work in alien antiquities so sieht's aus entdecken und reinigen das ist könnte eigentlich das motto sein von der slogan von unserer weltraumreinigungsfirma entdecken und reinigen dann sagen wir der gang weg dann weg dann weg oder ok 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 green light schauen wo wir hier rauskommen ok 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 fast runtergefallen aber nur fast mhm 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 da hier oben hier mal entdeckung sehr gut mhm auch freigeräumt glaubt dann müssen wir noch mal noch mal ran aber wir gehen mal wieder zurück damit wir nichts vergessen und alles mitnehmen können okay acht metall das schmeckt natürlich das schmeckt okay dann lassen wir mal weiter arbeiten brauchen wir dann pflanzensamen ah ne da sind wir hergekommen das war verkehrt ah da hinten ist der pflanzensamen klatsch ah jumpen können wir ja nicht zack 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 okay das das da der kürbis hat echt saugraft bekommen so so dann haben wir das ja auch hey another signal spike the closer you get to the other side of the lake the stronger the reading get i'm guessing we'll find some sort of answer through that opening ah we're clear let's go let's go i wonder how they built all of this that's 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 the sort of feeling i get from this place so 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 das hat mich auch stark gewundert so 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 okay okay ja dann haben wir die area hier gecleared und ich würde sagen mit diesen bildern verabschiede ich mich vielen dank fürs zuschauen bisher her wenn es euch gefallen hat lasst ein däumchen da und ein abo ist alles kostenfrei und wir sehen uns in der nächsten folge wenn wir jetzt rein gehen hier macht's gut lasst es euch gut gehen tschüss dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020